Wunderschönen guten Tag zu diesem kleinen Video hier zwischendurch und heute muss ich mal über ein Thema reden. Ach, das ist schon sehr speziell. Und warum mich Asus am Ende zu Apple gebracht hat, das kläre ich dann auch in diesem Video auf. Starten wir doch erstmal. Warum denn jetzt diese spezielle Konstellation mit Asus und Apple? Es geht um folgendes. Im Juni diesen Jahres habe ich mir das Zenbook S13 bestellt. Unter 1 Kilo schwer und ja, auch mit AMD Ryzen 6800U Prozessor und OLED Display. Also eigentlich alles das, was ich haben will, weil er ist performant, er ist leicht und man kann eigentlich alles das machen, was ich hier mit meinem PC auch machen kann. Sicherlich mit der einen oder anderen kleinen Leistungseinbuße, aber das Ding ist einfach sexy und elegant gewesen für mich. Und ich habe mir gedacht, was soll denn schief gehen? Ich meine, Asus stellt ja nicht erst seit gestern Notebooks her. Hätte ich mich da mal nicht getäuscht. Jedenfalls ging es darum, dass das Ding eigentlich schon Ende Juni ausgeliefert werden sollte und dann immer wieder verschoben wurde. Und ich habe mir gesagt, gut, es ist die Chip-Krise. Das wird sicherlich einiges dazu beitragen. Und ich war auch schon daran, das Ding zu stornieren. Ich hatte bereits mit dem Support geschrieben, weil es war bereits Ende August und die haben gesagt, ja, wir wissen noch nicht, wann das rausgeht. Und dass der Support so einiges nicht weiß, das habe ich dann auch schon festgestellt. Leider, denn Asus ist ein Premium-Unternehmen. Da kann man für eine Mainboard auch mal eben 1000 Euro ausgeben oder für eine Grafikkarte Strix 2000 Euro. Und das nicht mal für eine 4090. Aber gut, eins nach dem anderen. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, ach, weißt du was, du findest das neue MacBook Air M2 so schön. Und ja, ich stehe einfach auf das Design, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe gesagt, ich brauche jetzt langsam ein Notebook. Also MacBook bei Media Markt bestellt, Finanzierungsantrag ausgefüllt. Und in der Sekunde, ohne Scheiß, das ist keine Lüge jetzt, in der Sekunde, wo ich die Bestätigung bekommen habe von Media Markt, ich darf es abholen, habe ich die Versandbestätigung von dem Asus Zenbook bekommen. Und da habe ich gesagt, ach nee, scheiße. Also alles wieder storniert mit dem MacBook. Und ganz ehrlich, hätte ich das mal nicht getan. Aber ich war so heiß auf das OLED-Display und das war wirklich toll, muss ich wirklich zugeben, dass ich gesagt habe, nee, ich warte jetzt auf das Asus. Also ist das Asus angekommen und ich war voller Freude. Ich habe es ausgepackt und der erste Eindruck war so ein bisschen, naja, also dafür, dass es hier Aluminium und Magnesium sein soll, fühlt es sich denn doch ein bisschen kunststofflastig an. Aber ja, war mir egal. Ich habe es angemacht und ich habe das Display genossen. Was mir allerdings auch so ein bisschen aufgefallen ist, dass man so ein paar Gerade an den Scharnieren hatte. Also das heißt, es war nicht so richtig glatt und auch das Display ließ sich nicht wirklich mit einer Hand öffnen. Dann hat man das irgendwie rumgefummelt. Aber es waren auch die einzigen Sachen. Da habe ich gesagt, ey, easy, damit kann ich leben. Dafür ist es ja auch noch um einiges günstiger als ein MacBook Air M2 in derselben Leistungsklasse. Ja, da habe ich aber eine Sache nicht beachtet zu dem Zeitpunkt. Denn der Service von Asus, der ist eine Katastrophe. Und manchmal hat man es ja wirklich so, dass man sagt, hey, Leute geben nur Bewertungen ab, wenn irgendwas negativ ist. Und das sollte bei Asus nicht der Fall sein. Es gibt zwei Asus-Bewertungsseiten auf Trustpilot.com. Und tatsächlich gibt es eine, die hat gerade mal anderthalb Sterne. Und hätte ich die vorher gelesen, bevor ich dieses Notebook bestellt habe, dann hätte mir das einiges erspart. Denn eins muss ich sagen, und jetzt kommen wir schon zu dem ersten Punkt, den ich meine, dass Asus mich zu Apple gebracht hat. Und das sind hier alles persönliche Erfahrungen. Sicherlich hat auch jemand negative Erfahrungen mit Apple gesammelt und positive mit Asus. Aber das ist jetzt meine Erfahrung. Denn egal welches Produkt ich von Apple habe, iPhone, Airpods oder halt auch das Macbook, es wurde mir generell immer geholfen im Apple Store. Auch wenn ich mal vielleicht das Macbook, und das habe ich auch bei einem anderen Anbieter gekauft habe, weil es der einfach wesentlich günstiger war. Und das ist so ein Service. Ich gehe da hin, ich kriege einen Termin und ich kann dann vorsprechen. Oder zum Beispiel, wo man mir beim iPhone 12 damals den Akku gewechselt hat, weil ich gesagt habe, hey, der ist jetzt schon ganz schön runter, weil ich das tagtäglich benutze, das Smartphone. Da hat man mir gesagt, ja, tauschen wir die aus, zwei bis drei Stunden kommst du wieder. Kein Ding. Bin ich gegangen, irgendwo mich hingesetzt, habe Frühstück gegessen, habe mir noch ein bisschen was angeguckt und dann konnte ich mein iPhone wieder abholen. Und es war günstiger als bei dem üblichen Handy-Reparaturladen um die Ecke. Okay, aber kommen wir zurück zu Asus. Und dann sollte es losgehen. Dieses Asus Zenbook, so schön es auch war, hatte einige Macken. Und zwar, dass während des Videos einfach mal der gesamte Bildschirm schwarz wurde, also eingefroren ist und dann neu gestartet hat. Und da muss ich sagen, warum ist das so? Ich meine, es ist weder Hardware von einem unbekannten Hersteller drin, es ist ein AMD 6800U. Also von daher, alles schick. Dann auf der anderen Seite hat das Notebook manchmal teilweise Ewigkeiten gebraucht, um hochzufahren. Dann ist es nicht richtig in den Sleep Cycle gegangen. Dann hat es weniger Leistung gehabt, als die Tests auf der Webseite es gesagt haben. Also die verschiedensten unabhängigen Reviewer. Und da habe ich schon gesagt, das liegt wahrscheinlich nicht nur am Treiber, auch wenn ich ein extra Video dazu gemacht habe, könnt ihr euch gerne nochmal angucken, sondern wahrscheinlich an der Hardware, die in dem Notebook verbaut ist. Also was macht man mit einem zwei Wochen alten Notebook? Man schickt es natürlich ein. Der Prozess bis dahin war ein bisschen unbequem und jetzt kommen wir auf den Hauptgrund, warum ich jetzt ein MacBook habe. Denn der Service von Asus ist eine Katastrophe. Und das kann man nicht anders sagen. Es ist folgendermaßen. Ich habe das Notebook zur Garantie angemeldet und das Erste, was man mir als Kunden zugemutet hat, und ich kenne mich jetzt damit aus, andere allerdings nicht. Die stehen dann da und sagen sich, oh, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Das Erste, was man mir zugemutet hat, machen Sie doch mal Windows neu. Laden Sie sich das Image hier von Microsoft runter, stecken Sie den USB-Stick ins Notebook und dann machen Sie doch mal Windows neu. Das Ding ist aber, du musst wie bei jedem anderen PC-System erst mal einstellen, dass er überhaupt von dem USB-Stick bootet. Und ich glaube, da wird es bei vielen schon scheitern. Dann habe ich mir gesagt, okay, easy, wollte ich sowieso machen, denn das Asus-Standard Windows, naja, da war dann halt wieder so Bloater-Software drauf. Nicht allzu viel, aber genug, dass ich gesagt habe, komm, du willst es eh neu machen. Bloß, dass ich die ersten zwei Wochen keine Zeit hatte. Also neu gemacht. Und der Fehler tauchte zwei Minuten nach der neuen Installation wieder auf. Und der tritt eigentlich auch auf, wenn einfach nur im Hintergrund irgendeine animierte Werbesequenz auf einer Webseite läuft. Also wieder Asus geschrieben und habe gesagt, ja, Leute, geht hier nicht. Ich habe es versucht mit euren Treibern von der Webseite. Ich habe es mit den Original-AMD-Treibern versucht und so weiter und so fort. Ich mache euch ein Video. Ich schreibe euch einen Text, wie der Fehler auftaucht. Manchmal taucht er nach zwei Minuten auf, manchmal nach 30 Minuten. Aber er taucht auf und habe denen das alles hingeschickt. Und die erste Nachfrage, die kam, nachdem das Notebook da angekommen war, war, können Sie uns den Fehler beschreiben? Ich habe gesagt, ich habe doch alles in das Formular reingeschrieben. Gut, habe ich nochmal beschrieben. Natürlich, was war, am Donnerstag kam das Notebook an und am Freitag wurde es wieder zurückgeschickt. Und ich habe gesagt, da wurde gar nichts gemacht. Und was soll man sagen? Es wurde Windows neu installiert. Und man hat auch gesehen, es wurde nicht mal getestet, denn Windows wurde nur zu dem Punkt neu installiert, wo das Setup gestartet ist. Also das heißt, es wurde noch nicht mal komplett eingerichtet, sondern das Notebook kam an, Windows neu rauf, wieder raus, ist erledigt. Obwohl ich das als Kunde vorher schon erledigt hatte. Gut, Notebook zurück, aufgeklappt, YouTube angemacht, fünf Minuten später, Black Screen, wieder neu gestartet. Habe ich gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Wieder Support angeschrieben. Ich habe gesagt, Leute, so sieht es aus, das Ding ist defekt. Support schreibt mir allerdings, ja, wenn wir nicht drei Reparaturversuche haben, dann können wir das Notebook auch nicht austauschen. Ich habe gesagt, das Notebook, das ist 14 Tage alt. Leider war es über der Widerrufsfrist, sonst hätte ich das Ding direkt zurückgeschickt. Und ich reg mich schon wieder auf, wenn ich darüber nur rede. Jedenfalls hat mir der Support geschrieben, ja, Herr Wollter, kein Problem, wir können Ihnen nochmal anbieten, das nochmal einzuschicken. Da habe ich gesagt, okay, nochmal eingeschickt. Notebook hingeschickt. Dieses Mal hat es tatsächlich auch ein bisschen länger gedauert, bis das Notebook zurückkam. Und ich habe gesagt, na, jetzt wird man ja wohl was finden. Um dann rauszufinden, nach knapp anderthalb Wochen, nein, man hat den Fehler nicht reproduzieren können. Und ich habe gesagt, das ist nicht so schwer. Sie machen einen Browser auf, der läuft mit Hardwarebeschleunigung, also wird über die GPU beschleunigt. Und dann passiert der Fehler irgendwann. Ob er jetzt nach zwei Minuten oder nach einer halben Stunde passiert, ist nicht ganz klar. Aber er passiert auf jeden Fall. Asus wollte keinen Fehler gefunden haben. Und wie gesagt, ich hätte mich gefreut, wenn ich vorher auf die Trustpilot-Bewertung geguckt habe. Denn da gibt es die verschiedensten Berichte von Kunden, die wir vielleicht gleich nochmal kurz aufgreifen. Aber das Notebook kam zurück. Erstens, es war verschmutzt. Zweitens, es waren Teile vom Deckel abgekratzt. Das heißt, diese Magnesium-Schicht war leicht aufgekratzt und darunter war das Metall zu erkennen. Also, das Aluminium, meine ich natürlich. Und da habe ich so gedacht, wie kann sowas passieren? Wie wird mit den Geräten vom Kunden da umgegangen? Dazu kam noch, dass das Notebook, ich habe es in der Originalverpackung mit Umkarton hingeschickt, schön gepolstert, mit allem drum und dran. Zurück kam es allerdings in einem größeren Karton mit meiner Originalverpackung und der größere Karton war nicht mal ausgekleidet. So, dass das Notebook schön die ganze Zeit hin und her fliegen konnte. Wo ich sage, das kann nicht sein. Ja, es ist vielleicht nicht das teuerste Notebook auf dem Markt, aber das ist auch egal. Denn andere Leute, die 3000 Euro für einen Notebook von Asus ausgegeben haben, haben genau dieselbe Experience gemacht. Und da sage ich so, ey, das geht gar nicht. Ich habe dann nochmal hingeschrieben, habe ich gesagt, wie sieht das jetzt aus? Könnt ihr mir das Notebook umtauschen? Nein, das müssen sie nochmal einschicken. Und da habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Ich habe mich dann ein bisschen durchgewuselt durch die ganzen Treiberproblematiken und ich habe ewig keine Lösung gefunden, bis ich dann mal zumindest ein Workaround gefunden habe, dass wenn man den Adrenalintreiber ohne die Adrenalinsoftware installiert, dass es zumindest einigermaßen stabil läuft. Auch die Hardwarebeschleunigung im Browser abschalten hat bei mir geholfen, kann aber irgendwie auch nicht sein in dem Fall. Denn das Gute an dem Asus Notebook, und das muss man den hoch anrechnen, die haben zwar eigene Treiber, aber es laufen auch die Hauseigenen des Herstellers AMD und so weiter darauf. Schon mal Chapeau dafür. Jetzt kommen wir aber noch zu einigen anderen Sachen. Denn wie ich jetzt in meiner Recherche vor dem Video noch rausgefunden habe, mittlerweile ist das ja auch schon wieder zwei, drei Monate her, das ganze Debakel, sind wohl noch einige andere Sachen aufgetaucht. Denn beim zweiten Neumachen des Notebooks ist das BIOS 3.11 aufgespielt worden, oder beziehungsweise 3.11, und das gibt es mittlerweile nicht mehr auf der Webseite. Das hat Asus wieder runtergenommen. Hier gibt es offensichtlich irgendeinen Softwarefehler. Mittlerweile sind wir wieder bei 3.10. Und warum ist das so wichtig mit dem BIOS? Naja, Asus hat versprochen, dass man bei diesem Notebook irgendwann USB 4 per BIOS freischalten kann. Und das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr nach Release immer noch nicht der Fall, obwohl man ganz großspurig das versprochen hat. Und das ist so das nächste Ding. Ich weiß nicht, was bei Asus gerade los ist. Und ich benutze Asus durchaus gerne. Ich habe ein gutes Mainboard von denen und ich habe eine 3090 TUF. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin froh, dass sie mir nicht kaputt gegangen sind. Der letzte große Punkt kommt allerdings jetzt noch. Und zwar die Bewertung auf der Asus Webseite zu dem Notebook. Kommen wir erstmal zu der Webseite. Und die ist eigentlich ganz hübsch aufgemacht. Hier seht ihr das Notebook auch mal nochmal in seiner vollen Brillanz, wenn ich es mal so sagen darf. Und ja, das ist ein Problem, diese Webseite. Denn hier unten haben wir einen Absatz. Weltweit leichtestes 13,3 2,8K OLED Notebook. Das stimmt erstmal soweit. Aber mit NanoEdge Touchscreen. Lassen wir das NanoEdge einfach mal weg. Das ist halt wieder Marketing geblubber. Aber es wird hier ein Touchscreen angegeben. Und du weißt nicht, ob du die Variante mit Touchscreen bekommst oder nicht. Denn meine Variante hat 1299 Euro gekostet. Und die größere Variante mit mehr Speicherplatz. Ich hatte 512 GB. Das Ding hat jetzt 1 TB. Die hat laut den Bewertungen immer noch kein Touchscreen. Das nächste ist, wie gesagt, ich hatte das BIOS 3.11. Aber das gibt es nicht mehr. Mittlerweile ist man wieder auf Version 3.10 zurückgegangen. Offensichtlich gibt es da ein paar Probleme. Und nachdem man mir mehrmals gesagt hat, die Hardware ist nicht defekt, es gibt kein Problem und so weiter und so fort. Schauen wir uns doch einfach mal die Bewertung von dem Ding an. Und natürlich wird uns da erstmal gezeigt, was denn die Fachmedien für Bewertungen gegeben haben. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht haben die ausgewählte Geräte bekommen. Aber ich kann das mit meinem Notebook weder leistungstechnisch noch in irgendeiner Weise anderweitig bestätigen, dass man so dermaßen positiv ist. Wie gesagt, ich hatte diesen Fehler. Und wie sich jetzt in den Bewertungen herausgestellt hat, leider auch andere Leute. Und wir sehen schon, oh oh, das ist ja ein cooler PC. Der hat auch 17 5 Sterne Bewertungen. Aber offensichtlich scheint hier eine gewisse Fehlertorreleranz da zu sein. Screen died as soon as I opened it. Okay, passiert. Das kann ein Montagmodell sein. Ist blöd. Und hoffentlich wird das Asus genauso sehen. Nicht, dass sie aufklappen und sagen, oh, da leuchtet ja noch ein Pixel. Das geht ja noch klar. Und jetzt kommen wir zu zwei Bewertungen. Und die bestätigen genau das, was ich auch habe. Keeps having black screens and closing apps. Und in dieser Bewertung wird genau über das gesprochen, was ich meinte. Und das ist Teil dieser Ausfall in YouTube Videos und so weiter und so fort. Und das ist eine Bewertung von vor 19 Tagen. Und wir haben heute den 22.12. Also Anfang Dezember. Dann haben wir genau das, was ich hier auch noch angesprochen habe. Kein USB 4, kein Touchscreen. Das heißt, die Werbeseite für den Touchscreen ist noch da. Aber man muss ins Kleingedruckte gucken. Und die ganzen Tests, die es draußen gibt mit den Videos und so weiter und so fort, die sprechen auch noch über den Touchscreen. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, ja, vielleicht USB 4 ist vielleicht noch ein bisschen problematisch mit AMD. Aber nein. Es gibt andere Hersteller wie zum Beispiel Lenovo, die bereits diese Funktion vollständig unterstützen. Tja, und jetzt kommen wir einfach noch mal zu dem eigentlichen Titel des Videos. Es ist mittlerweile so, dass ich diese Dinger zum Arbeiten brauche. Die müssen funktionieren und der Service muss da sein, damit ich das Gerät so schnell wie möglich wieder zurück habe. Das, was Asus hier als Service bietet, ist eine Katastrophe. Und da muss ich sagen, und das sind meine persönlichen Erfahrungen, ich will es noch mal betonen, mit denen hier hatte ich noch nie so eine Probleme. Egal, ob es mit dem iPhone war oder mit den AirPods. Es war immer jemand da und hat mich erst mal ernst genommen. Ich bin hingegangen, habe gesagt, du, so und so eine Probleme habe ich. Entweder bin ich selbst zu blöd dafür gewesen oder es war wirklich ein Defekt. Aber man hat mit mir das Problem untersucht und hat gesagt, ja, tut mir leid, so und so geht es. So und so geht es allerdings nicht. Und das war dann okay, wenn man da den Hintergrund versteht. So wie es Asus erst mal macht, auf die billigste Reparaturschiene zu gehen, um den letzten Cent am Kunden zu sparen, das geht im Jahre 2022. Gerade wo Technik immer teurer wird und wo wir immer mehr Sorgen haben müssen, uns die überhaupt noch leisten zu können, gar nicht, meines Erachtens nach. Und ich finde, hier sollte Asus unbedingt nachbessern. So, das war denn doch länger, als ich dachte. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung dazu. Sagt mir gerne eure Erfahrungen mit verschiedensten Herstellern. Sagt mir vielleicht auch eure Erfahrungen mit Apple. Ich bin sehr gespannt darauf, aber ich sage es mal so, das Ding hier ist dann halt nochmal was anderes. Du kannst es benutzen wie ein Smartphone und ich habe immer noch 87% Ladung, nachdem ich es jetzt schon ein paar Tage benutzt habe. Und das konnte das Asus nicht, obwohl die Akkulaufzeiten in den Tests eigentlich identisch sein sollten. Aber hier scheint dann doch noch einiges anders zu laufen. Na gut, das war mein Video zwischendurch. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eine schöne Weihnachten und ich hoffe, dass wenn ihr ein Problem habt mit eurem Produkt, ihr das geklärt bekommt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag und Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.